Guten Morgen, Leiva Humlischer Vorderheit, Danke, dass wir nie ein Dach anfangen sind. Wir wollen diesen Dach mit dir gehen. Läden uns in alle Wahrheit. Halb uns im Glauben der Stöhle. Steuert es an, fast zu hören an dich. Nicht, Herr, dass ich Jesus in die Nummer beteiligt. Redest dein Wut an, Herr, und halb uns rechtschaffen zu leben. Im Namen Jesu. Amen. Kapitel 8 von 1. Mose sagt Abram wohnte bei den Terebiten von Mare. Da erschien ihm der Herr wieder. Abram saß in der heißen Mittagzeit am Eingang seines Zeltes, als er plötzlich drei Männer bemerkte, die auf ihn zukamen. Sofort sprang er auf, lief ihnen entgegen, verneigte sich bis zur Erde und bat. Mein Herr, bitte schenkt mir keine Aufmerksamkeit und geh nicht, schenkt mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch solange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Ich leufe hier, wie es uns dort, weil wir gastfreundlich sein können, in Wotfen sehen und durch springen können. Abraham, ich weiß nicht, dass steht hier nicht, dass er dort erchant, dass ein Engel des Herrn wird. Wie weit ihr euch nicht im Wotfen gestalt, der erschien nicht heute. Aber wie seiner, weil Gott, weil liebevoll, weil gütig, Abraham bebedeint. Einverstanden, sagten die drei. Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu schnell. Nimm eine große Schüssel vom besten Mehl, das wir haben, und bake davon einige Brotfladen. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinen Knecht, es so schnell wie möglich zu zubereiten. Den fertigen Braten, bot er dann seinen Gästen, mit Zoram und Melch an. Sie saßen am Schatten des Baumes, und während sie aßen, bediente Abraham sie. Also hier sag ich mal dem heißen die Druck von Gastfreundschaft, das wahrste Jewe. »Wo ist denn deine Frau Sarah?« fragten sie ihn. »Hier im Zelt«, antwortete Abraham. »Da sagte der Herr, »Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu euch, und dann wird Sarah einen Sohn haben.« »Wie wunderbar.« »Wie wundervoll.« »Du kommst erst,« »Wie weißt du, dass das Engel wäre,« »Abraham bedeunte,« »in der Anschrift der Berkschaft.« »Ich möchte an seine Erste wieder denken,« »Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein.« »Ich meine, ich will nicht gehen,« »Ich will nicht,« »Ich will nicht,« »Mit das Beste bedeuten,« »Ober du, der schaum das Beste fahren.« Sarah stand hinter ihnen im Zelt eingang und lauschte. Sie lachte einig. Denn Abraham und sie waren beide sehr alt, und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, »Ich bin verbraucht, und mein Mann geht es genauso. Er ist kraftlos geworden.« »Nein, die Zeit der Liebe ist längst vorbei.« Da sagte der Herr zu Abraham, »Warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten?« »Dass sie noch ein Kind bekommen wird.« »Für mich ist nichts unmöglich.« »Für mich ist nichts unmöglich.« »Nächstes Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu euch.« »Dann hat Sarah ihren Sohn.« »Wer herrlich ist dort.« »Dann soll sie in Gott einbier.« »Gott sagt, die in mir von dort.« »Für mich ist nichts unmöglich.« »Wat für uns unmöglich ist, ist für Gott nicht unmöglich.« »Wie machte unsere Hoffnung nicht abgeben.« »Och wann es lang geht.« »Use Hoffnung auf Gott festigen jeden Tag.« »Ans sie den Tag, dass sie ein Wort im Glaube er ein Mäutje löte.« »Be die Quelle des Lebens immer war der Woterschape.« »Am, dass wir im Glaube steuigbleven.« »Herr, ich danke dir für das Wort.« »Ich danke dir für die Leuwe.« »Ich danke dir für die Gute.« »Ich bete, die Leuwe himmlischer Vater.« »Don tue uns im Glaube einmal eftermach.« »Das beredet in Jesus in NUM-Amen.« »Amen.« »Eggesäten. transforma.« » starting the train, den Tag.« »Do you see you?«